...Bombe oder so ausschalten oder den Bogen nicht mehr entgegen stellen. Noa-Bomben müssen wir halt nicht so eng zusammenstehen, wenn die beide Noa-Bomben haben. Nie alle drei auf die Zone stellen oder so. Der Tlar-Lock, du meine Güte. Das ist ja Ultra-3-Arz, der doppelte Nackarm von Tlar-Lock. Nürvins Gnade und Partygrasher auf 3,20. Ach du meinst. Den Hammer kriege ich aufgehalten, aber ansonsten nix. Ich decke euch, wenn ihr snipet. Ihr müsst halt einen snipen und dann decke ich euch. Ich hab auf jeden Fall einen, wenn ihr uns entgegenrushet. Hab ich sicher. Granaten halt wegschmeißen. Weil die nicht unsichtbar laufen, wie die Posts gestern. Die haben sich alle unsichtbar gemacht. DDR ist von einer Seite gekommen. Ja, okay. Aber wie gesagt, wenn die uns entgegenrushen, eine Granate zumindest mal rein, dass die halb tot sind. Dass ich die One-Shotten kann mit der Schmere und dann hab ich die alle drei. Weil sonst verliere ich gegen Partygrasher 9 von 10 Mal. Da kann ich nix machen. Leute, der Warlock hat auf Irene R4 gewechselt mit Roulette. Hm, ja, top. Naja, keine Ahnung. Wenn ihr sterbt, ich belebe euch auf jeden Fall einmal wieder. Also ihr habt einen Freileben. Jetzt klingelt mein Handy permanent. Ich mach das jetzt mal aus. Mach mal kurz nix. Sag mir, wenn die rushen, dann bin ich da. Kannst du die Leiche kurz denken? Wir down. Äh, liegt am Ende groß. Fuck, ich krieg das Handy nicht aus. Das ist gerade irgendwie. Ich komm zu dir. Bei mir ist einer, der kommt entgegen. Naja, ich hab dich. Kein Frisch. Kommt entgegen? Der ist hinter... Ja, schönes Ding. Ach, scheiße. Ich komm, ich komm, ich komm. Pass auf, bei mir ist eine Leiche. Nicht da sinnlos reinpfuschen und jetzt stirbst. Hinter mir. Hinter dir? Warte, ich komm. Schön! Ich bin fast tot, ich muss weg. Schönes Ding, Leute. Sehr nice. Letztes muss auch irgendwo dahin sein, denk ich mal. Oben, oben hat er Spezial. Ich greif an. Der, der ist nicht low, leider. Da, nice. Geil. 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 Geil Shadow. Ich hätte ihn jetzt auch gehabt. Nice. Gut gesnaped. Sehr nice. Na, die sind nicht gut. Die können nicht mit Shotgun gehen. Haha, ich hab halt keinen Killsack, die sind nicht gut. Haha. Ich dachte, ich hab zwei Kills gemacht, hör mal auf. Ich hab die alle so low geschossen. Aber so gut sind wirklich nicht. Ich bin ja links. Kommt wahrscheinlich bestimmt einer. Ja, du hast wenigstens deinen Teil dazu beigetragen. Ich hab einen wiederbelebt. Das war mein Beitrag für die Runde. Ja. Oben. Schönes Ding. Links ins Haus. Den hab ich. Links im Haus. Den hab ich. Ja, ich bin fast tot. Ich hab ihn. Er ist tot. Ähm, Anton könntest du vielleicht zum... Der letzte kommt jetzt. Anton... Nein. Boah, nice. Ist ja gut. Nicht schlecht. Ich hab zwei... Ich hab zwei Pro-Sniper dabei. Was? Ich kann nur 16 Schuss mit der Schmierung mitnehmen? Dein Ernst? Haha. Was ist denn da los? Jetzt geht er voll ab. Ich hab eben 0, 0 was? 6, 7 macht er nicht. Jetzt geht er voll ab. Nice. So muss das sein. Ja, jetzt wird er sich beweisen. Ja, so muss das sein. Immer einer abgehen. Der Rest kann zuschauen. Immer einer abgehen. Dann passt zu. Einer ist durchgelaufen. Der portet sich nach links. Ja, ich hab einen Headshot schon gegeben. Das Runshot Kripp hat was noch. Noch ein Headshot. Aber ich kann jetzt... Ich hab jetzt keine Granate leider. Pass auf, Granate. Ja, ich verbrenne jetzt fast. Ich muss jetzt mal weg. Ich hab noch eine Granate reingeschossen. Ich hab noch eine Granate reingeschossen. Da war der eine schon tot. Die müssten nochmal 150 Schaden machen. Die Aktion Blitzgranate bei beiden. Wenn die angekettet sind. So in dem Dreh. Dann sind die One-Shot. Ogen ist schon gut. Wenn man den verdienen kann. Achso. Ich hab keine Nova leider. 3, 0. Der wird vielleicht ein Hammerpush hat. Die dürften auch kein Super haben. Wenn ich's nicht hab. Dürften die auch keinen so haben. Ich bin in Intellect 5. Unwahrscheinlich, dass die's haben. Ja, ich bin auch in Intellect 5. Mach mal auf. Ich hab Wahrheit mit... Ach! Ich hab das MG noch drin. Ach, scheiße. Warum hab ich denn das MG drin? Ach, wegen Schmierung. Ja, okay, egal. Ganz hinten. Hab's wiederhört. Der letzte ist bei mir über der Treppe. Ich push den hart. Ja, super. Das war ja extrem scheiße. Toll, Mann. Der ist da oben bei unseren Leichen. Ganz rechts hinten am Haus. Der überlebt ihn wieder. Pass auf, der kommt zu dir. Der kommt zu dir. Der kommt da an der Treppe oben. Treppe! Boah, war die scheiße. Hm. Okay. Pass auf, rechts von dir. Ach, shit. Was war denn das? 3 gegen 1. Und ich bin halt so dumm. Ich hab zwar auch extrem scheiße gespielt. Ich hab zu dem hingeportet und dann mit einem Maschinengewehr. Ja, ich hab einfach wegborten sollen. Dann hätte ich ihn gehabt. Im Nahkampf kann ich dann... Wenn ich jetzt 2 gehabt, dann hätten wir es wahrscheinlich nicht geschafft. Das war so schlecht gerade, als ich da gespielt hab. Ich glaub aber jetzt meine Nova. Als den Hammer starten, hau ich den drauf. Hast du einen Bogen auch dann wieder? Ich mach dann 2-3 Sphären. Ich hab meinen Bogen jetzt. Ja, einen killen auf. Ja, hab meinen Bogen. Okay, dann nehm ich die Nova jetzt. Dann kannst du den Bogen nehmen. Wenn die, die jetzt wiederbeleben, meine Nova drauf. Einer kommt. Der Hammer kommt. Der Hammer kommt. Ja, ab sobald. Was? Was denn ernst? Haben keine Nova mehr. Haben keine Nova mehr. Der ist gebunden. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Doch, ja, ja, doch. Doch, 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 doch. Jetzt nicht mehr. Ja, gut, ja. Partygröscher nur. Die Nova war halt stark. Aber wir haben jetzt keine Sphären. Leider wird unbedingt gestorben sein. Die war halt ganz stark. Der eine schiebt den weg. Denkst du? Ja, ich bin mega clever. Schieb den weg. Ich mach die Nova drauf. Meine Tod. Oh, das ist schön, die Nova. Solame, okay. Hast du toll gemacht. Danke. Der Pfeil war jetzt einfach nur ne Notreaktion. Ja, das war super. War super. Wenn du mir das ansagst, dass der getackert ist, hab ich den. Zum Grund hätte ich dich noch wiederbeleben können. Da unten stehen sie zwei bei der Kathedrale. Ich kann auch nix machen. Ich geh da nicht vom Scott wieder vor. Oh Gott. Da sehe ich jetzt nix. Da oben ist auch einer irgendwie. Der pusht einer von rechts. Ich komm mal zu euch. Achtung, links. Achtung, links. Ja. Die passt tot. Der auch? Ja, Abhin. Hinter mir. Achtung, hier zu uns, hier zu uns. Von rechts. Fick den mit deiner Schmählung halt. Der überlebt. Der überlebt. Der hat nichts. Überlebt unendlich viel. Der hat gar nix. Pumpe. Nice. Boah, der überlebt halt nen Shotgun-Treffer aus nem Meter oder so. Komm mal auf. Der war aber grad zu unendlich. Der war grad zu überhaupt One-Shot im Nahkampf, ey. Ich hab den geklatscht. Ich hab gedacht, das reicht gar nicht. Weil ich noch so viel Energie hatte von dem Shotgun-Treffer. Aus einem Meter eben in den Arsch geschossen. Was nen Klatsch. Der leid mit der Schmähung. Ja, Teleport, Schmähung und so, schon okay. Schmähung ist generell total krank. Ja. Guck mal, wer jetzt abgeht. Ich bin das eine Mal in der schweren Runde gestorben, wo ich mit MG in den reingeportet bin. Das war mein Tod. Oh, Mann, ey. Na, ich bin im Minus-Fort. Ich bin... Ja, das ist schon, also, ein Shotgun-Teleport. Egal, was du da spielst, du lahm oder was, du kommst halt weg und... Ich weiß nicht, das ist immer noch mega krass stark. So, jetzt...